Ich bin die Marlene und arbeite leidenschaftlich gern mit Pflanzenfasern und liebe es Kokons zu machen und würde mich sehr freuen, euch zu begrüßen im Kunsthaus. Ich verwende unterschiedlichste Naturmaterialien von Seide, Bambus, Rami, im Kunsthaus werden wir mit Rami arbeiten, das ist eine Pflanzenfaser, die aus Südostasien kommt und ich liebe es mit Naturmaterialien zu arbeiten, weil sie vergänglich sind, sie sind am Prozess unterworfen, hinterlassen, keine Müll, keine Spuren. Speziell für diese Pflanzenfasern ist es einfach diese Handbewegung. Für mich ist die Grenze zwischen Kunsthandwerk und Kunst verschwimmend, es gibt für mich keine klare Grenze und Handwerk selber ist eine Basis, die man haben muss, um etwas aufzudrücken, um etwas zu gestalten. Im Kunsthaus werden wir Kokons gespitzt, in verschiedener Größe und aus diesen einzelnen Kokons wird dann eine Gesamtinstallation gebaut. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020